Yo Freunde, ALI2424 hierher schon kommt zu einem neuen Kontakt auf meinem Kanal. Es ist sehr windig, wir sind in Luxemburg. Ohne viel zu schlacken, gönnt euch. Outfit of the day, Air Force, schöne Jeans, Pulli, Uhr, Jacke, wie man es kennt. Wetter ist sehr, sehr gut, 16 Grad haben wir. Bisschen frisch, aber sehr schön. Ja, sind zweieinhalb Stunden gefahren, ich bin mega kaputt. Gestern, der Abend, der ging ein bisschen lang. Hier ein paar Eindrücke. Auf jeden Fall, helft es sich, hat Spaß gemacht. Grüß dich und raus nochmal. Wir sind hier am Monterey Park, wie gesagt, schöne Fontänen. Wir erkunden jetzt ein bisschen Luxemburg, bisschen die Innenstadt. Habt viel Spaß mit dem Vlog. Ich habe auf jeden Fall Bock, auch wenn ich nur vier Stunden geschlafen habe. Wir machen das Beste draus. Abfahrt, leichter lassen, kommentieren wir immer und Glocke aktivieren. Viel Spaß mit dem Vlog, Leute. Haut rein. Leute, man muss sagen, die Straßen hier, die erinnern richtig an den Maximilianplatz in München. Da gibt es noch viele Bude-Boutiquen. Viele Leute trinken da einen Schwan-Kambe. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Käse, Tomaten, gegrillte Zwiebeln mit Bacon und ganz wichtig, gegrillten Pilzen. Also es ist wirklich so tasty, man. Zuletzt war ich in London vor fünf Jahren, im Five Guys. Mega lecker, man. Köstlich. Boah, Maschallah, ey. Leute, das ist hier so der zentrale Platz. Da hinten ist auch noch eine Demo. Platz, eh, Darma ist der hier. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Leute, keine Ahnung, ob man sich versteht, wie eine Demo, aber es hat hier richtig, diese Frankreich-Dijon-Atmosphäre, überall diese Bars, Kaffees, kannst du gerne mal zeigen. Auf jeden Fall suchen wir uns jetzt einen Kaffee. Leute, hier die Maximilianstraße in Luxemburg. Leute, dieser Kino-Modus vom Handy ist anders fällt. Gerne mal Feedback einfach mal wirklich an der Stelle in die Kommentare. Ja, Luxemburg gefällt mir sehr, sehr gut. Ist auch in Schweiz gewesen. Zwei Stunden Fahrt, wie gesagt. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hände ich mal nach langer Zeit wieder einen Vlog. Daher ein Like da lassen. Ganz wichtig, schreibt gerne rein, wie ihr das Video fandet. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn die YouTube-Age wird uns ein bisschen pushen. Ansonsten, bleibt gesund. Wir hören uns. Auf jeden Fall. Abonniert diesen Kanal. Abonniert diesen Kanal.